Hallo, hast du in deinem Leben einmal wirklich Angst gehabt und um dein Leben bangt? Mir ist das in Ecuador, wo ich im Pazifik bin, Baden einmal passiert. Mir hat eine Strömung immer weiter rausgetrieben auf das offene Wehr. Und ich hatte wirklich Angst um mein Leben. Ich sah meinen Mann und unsere zwei kleinen Söhne immer weiter weg von mir. Und als ich wirklich um mein Leben gekämpft habe und nervös geworden bin und immer stärker geschwommen bin, kam plötzlich das Wort von Gott an mich. Im Jesaja 41,10 steht, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich und durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und als ich das Wort einfach so vernommen habe von Gott, durch seinen Geist, habe ich Ruhe bekommen und den Frieden. Und die Angst ist wie vor mir gewichen. Und ich habe mich abtreiben lassen, ich bin beruhigt geworden und habe gemerkt, dass ich durch das Tauchen unten durch diese Strömung entkommen konnte. Und nach wirklich etwa einer Stunde, wenn ich in die Arme von meinem Mann und meinen Söhnen kam, habe gemerkt, Gott hat mir geholfen. Und so ist es auch in unserem Leben. Manchmal gibt es so Strömungen, aber dann dürfen wir wirklich daran denken, Gott ist da und er sagt, habe keine Angst, ich bin bei dir. Ja, 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 Vielen Dank.